Im Kamenzer Rathaus gab es am Samstagvormittag ein Fotoshooting mit Oberbürgermeister Roland Danz. 39 Babys haben hier von September 2016 bis Februar das Licht der Welt erblickt. Die Neu-Kamenzer wurden nun ganz offiziell begrüßt und es gab kleine Geschenke für die Familien. Übrigens, die Mädels hatten rein von der Anzahl die Nase vorn. Mit 21 zu 18 Jungs gehen sie in die Statistik ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017